Oh, jetzt muss ich erst mal mein Bein hochnehmen. Vor lauter, äh, 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 ja. Vor lauter Skill ist mir mein Bein angeschwollen. Oh, dein Bein ist dir angeschwollen, dein drittes Bein. Mein drittes Bein ist mir angeschwollen, ja. Weil du so viel Skill hast. Richtig. Das hört sich narzisstisch an. So, jetzt haben wir zwei Kugeln hier. Mal gucken, wie viel oder ob uns das irgendwas bringt. Oh, darf mit zwei Kugeln spielen. So, das heißt, wir machen jetzt die Kugeln hier hin und die müssen da runter. Das heißt, ich werde... Du sprengst hoch und ich, äh, warte mal. Genau, weg vom Sprengen. Passt schon. Oh, nein, passt nicht. Tot, freut. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich lasse mich... Ich lasse... Aua. Warte mal, ich habe da gerade eine ganz blöde Idee. Kann man da vielleicht draufschießen und die kaputt waren? Nein. Nee, äh. Nee, wir müssen... Was in der Mitte macht uns Feuer weg. Wir wollen in die Mitte. Ne? Und... Au, oh, wow, wow. Warte mal, das könnte aber kla... Oh. Das... Warte mal, das klappt, aber... Pass auf, das klappt mit dem Hochsprengen. Spreng hoch. Jetzt. Ah. Passt. Oh. What the fuck? Ich habe nicht hingeguckt. Wie hast du das denn hingekriegt? Okay, warte. Ich sage dir, ich sage dir, wenn du sprengen sollst, okay? Du bist hier ein Wundermacker. Eins, 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 spreng. Oh. Schnell, nochmal, nochmal, nochmal. Sekunde. Wir brauchen definitiv noch eine dritte Kugel dann hier nachher. Jo, holen wir uns gleich. Äh, warte mal. Spreng. Yay, du bist so gut. Jetzt können wir die dritte gleich in die Mitte tun. Yay. Ja. Wir brauchen halt noch eine dritte. Warte mal, ich hoffe, die wurde hier noch. Wir haben aber eine unten immer noch nicht gemacht, ne? Ja, aber die müssen wir wahrscheinlich nicht hier hochholen. Wir können eh immer noch nicht runter. Das ist ja zugemacht worden. So eine Kugel... Hi, Hallöchen, bling, bling, hol. Eine Kugel müsste es hier dann geben, Alter. Tja, Gier wird bestraft. Oder auch nicht, du hast ja am Ende mehr. Bei uns ist was, Schild. Wie Schild? Schild. Ich will hoch. Ah, da. Spreng. Ja, wunderbar. Ja, okay. Wieder ein bisschen verzögert, aber... Und die Kugel sprengen wir rüber. Die Kugel sprengen wir rüber. Wirklich? Warte, warte, warte. Lass mich mal gucken. Hier ist nämlich eine Spinne. Was soll das? Was soll das? Warum ist hier eine Spinne? Aha. Treten sie auf die Spinnenplatten. I am the greatest. Ach, du musstest, hier gibt es irgendwo drei Spinnenplatten versteckt überall, oder was? Auf Spinnen treten? Ja, du musstest in der Mitte gleich auffangen. Und dann auf mich warten. Oh, Mann. Okay, warte, ich drehe mich um und... Oh, da hat es ein bisschen geruckelt bei mir. Nein. Ich habe keine Chance. Nicht zu gewusst. Pass auf, ich habe eine andere Idee. Kannst du sie ganz rüberhauen musst? Ja, pass auf. Nein. Jetzt tu mal hin und du sprengst die blaue rüber. Roll die vorne da ran. Da ist eine kleine Kuhle. Die bleibt liegen. Achso, okay. Dann leg deine blaue Bombe da vor und ich spreng sie dann nochmal weiter, wenn sie da in der Mitte hoffentlich ankommt. Probier mal. Sehr cool. Und? Geil. Sache geklärt, wa? So geil. So great. Lass runterrollen, lass runterrollen. Ich will es sehen. Yeah, 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 yeah. Jetzt haben wir auch dieses super schwere Rätsel gemacht. Manchmal ist es echt so, ich weiß nicht, ob das so soll. Ach ja, jetzt müssen wir auch noch. Jetzt geht das Tor wahrscheinlich wieder runter, da kommen wir alle drei Kugeln mitnehmen. Wow, wer hat sich das ausgedacht von diesen toten Tox-Dingens? Wollt ihr auch einer? Ja, ich wollte mal gucken, ob hier oben noch irgendwas ist vielleicht. Vielleicht haben wir ja mal wieder einen verpasst oder so. Uh! Nein, geht weg. Ist ja gut jetzt. Wollt, hast du gesehen, wie meine Bomben plötzlich durch die Gegend gerutscht ist? Nee. Ich hab leider... Ah! Ah! Ich musste... Ich hab gerade einmal Waffe ausprobiert, aber irgendwie... Ich kann besser mit dem Speer umgehen, als... Ja, ja, der kann klasse mit seinem Speer umgehen. Das kann nicht jeder sagen! Fuck! Dafür schwillt es nicht so gut an. Wie bei... Deinen... Ich hoffe, wir können die einfach runterschieben, ohne dass die jetzt hier irgendwie... Ui! Spaß! Äh, ja, das... Klappt so weit ganz... Was war denn hier nochmal? Utsch! War hier noch irgendwas? Oder war das einfach nur nervtötend? Das war einfach nur nervtötend. Seltsam. Naja. Oh, ich schick die mal alle hier in den Apparato. Uah! Wieder auch runter. Auch runter. Ne, das ist nur nervtötend hier, glaub ich. Ich guck wieder nach oben und nach unten, ob irgendwas verpasst. Aua! Aua! Jetzt haben wir vier Kugeln da. Jetzt müssen wir da hin, die vier Kugeln da noch irgendwie runterholen. Eins haben wir noch gar nicht... Nein, 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 nein! Hä? Da sind wieder Stacheln, da sind wir wieder... Aua, hä? Was soll der... Der Ring hier? Warte! Da blinkt doch irgendein... Ah ne, das sieht nur so aus. Da war ich vorhin schon runter, glaub ich. Da haben wir vorhin schon was geholt. Außerdem muss es mit dem Ring hochkommen. Falls du dich noch erinnern kannst. Da fehlt ja noch. Die brauchen ja sechs. Aber du machst das schon gut. Entschuldigung. Du machst das schon. Ich stell mich mal hier hin und genieße den Lavafall. Geschmolzene Lavafall. Ne, warte ich. Hui! Was ist denn das, wer wirft denn da? Weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall nervig. Blöd, das ist nicht mal lustig. Das sind so Level-Extras, die echt keiner braucht. Ist einfach so. Hab ne Kugel geflogen, setz ich nieder auf den Schoß! Nee, danke. Querschnittsgeliebt. Keine Hoden in der Hose. Los. Ah! Oh! Warte, ich mach mal. Weil wenn er jetzt nix wird, weiß ich auch nicht. Ja. Gut. Weiter. Da oben waren wir schon, glaub ich. Nein, waren wir noch nicht. Besserwisser. Mhm, 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 mhm. Bitch, please. Hä? Ich hab doch die... Was haben wir jetzt? Okay. Oh nein. Okay, geh mal rüber. Oh! Ich brauch Feuerschutz, ey. Ja, äh... Ja, okay, ich geh. Mach mal her, das Ding. Solltest du ein Bonus danschen? Dann geht das... Warte, 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 warte. Nein, nein, nein. Stell dich mal drauf da. Wieso, was passiert denn? Ach, warte mal. Ich will den Bonus danschen da unten holen mit dir. Ja, ja, aber deshalb wollte ich noch die Kugel hin tun. Ja, klar. Ich hab gedacht, das bleibt doch so... Nimm hier. Nimm hier. Oh, oder... Hä? Oder roll rüber. Bei mir gehen die Frauen auf den Boden am rumschleifen. Ach, dann hol ich mir das halt. So. Was war das? Juhu. Auf zum nächsten Bonus, das keiner braucht, aber trotzdem schönes. Es sei denn, es ist... Es ist... Doppelschlange. Es ist nicht unser Lieblingsspiel eigentlich. Für mich nicht, weil ich mit der Steuerung total schlecht bin. Ähm... Als Consolero. Okay. Ändert sich überhaupt? Ah! Okay, warte, guck mal. Wir müssen jetzt uns merken, wo wir sicher sind. Weißt du? Ich geh jetzt irgendwo hin und wir gucken, wo ich sicher bin. Äh... Hau mal. Hau mal die Scheiße. Hä? Hier bin ich sicher. Mach mal nichts. Mach mal nichts. Okay, kannst du da? Okay, da komm ich aber auch nicht weiter, glaub ich. Geh mal weiter. Wo bin ich sicher? Dahinten. Ja. Stopp. Da bist du sicher. Mhm. Jetzt kannst du nicht hingehen. Das war ja easy. Das war eigentlich easy. Steinschlange. Oh, hörst du das? Nur links Musik. Ja. Bei mir ist es nur links gerade. Hier ist alles normal. Oh, mein Stereo ist so kaputt. Oh. Da ist eine Skorpion. Äh, Spinne. Äh, ja. Das Problem werde ich irgendwie nicht los. Ich spring einfach mit. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaub, sonst komm ich da auch gar nicht hoch. Ja. Okay. Yay. Drei von zehn. Wir sind ja richtig gut. Stellst dich drauf? Weil es geht... Es müssen beide... Zwei beide draufstehen. Drei... Drei von zehn. Na los, komm. Und nu? Opfer ich mich. Ist egal. Äh... Vielleicht musste ich da... Hier. Hier. Klappt nicht. Springen, versuch's. Ne. Renn mal ein bisschen raus. Renn raus. Dass ich da bei dir wieder sporten erst. Renn mal raus. Kannst du noch ein bisschen weiter rennen? Probier mal. So weit kann ich. Weiter kommst du definitiv nicht. Nein, die wollen, dass man das anders macht. Ja, dann rollen wir die Kugel nochmal rüber bitte. Ähm... Was wollen die genau? Ja, rollen wir die Kugel einfach nochmal rüber. Bomben, ne? Willst du? Ja. Dann komm mal. So. So. Tchuuu. Jetzt müssen wir das machen. Ich noch mal Bomben. Wieder Bomben. Echt mal. Zum Glück hat sie und endlich Bomben dabei. Ja. Wir haben ganzes über das Inventar... Oh fuck. Lol. Entschuldigung. Hast du das? Ja. Okay, gut. Ich bin auf die Windows-Taste gekommen und der hat noch nie was gemacht und diesmal schon. Gut, können wir weitermachen. Läuft denn da... Warte, der Aufnahme kurz weg jetzt auch, ne? Jo. Aber... Ist bestimmt. So. Ui. Ui. Uuu. Okay. Das ist ja nur eine riesengroße Kugel. Ich glaube, das ist die letzte Kugel. Und... We are the champion. Aua. So. Und jetzt schleunigst runter hier. Und die Kugel noch sortieren. Und dann... Dann laufen sie... Oh man. Kann ich nicht einfach hier runter... Kann ich nicht hier runterfallen? Und... Aber hier ist ein Gegner. Was? Glaub ich nicht. Ja, ich habe mich jetzt selbst getroffen, weil... Ich gucke doch mal auf dem Boden so ein bisschen, ob irgendwo noch so eine Spinne... Ja, die letzte Spinne, da hast du recht. Ich will jetzt nicht nochmal alles absuchen, werde ich auch nicht. Aber vielleicht... Ist sie ja hier noch... Wo, 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 wo. Achso, ich hab... Oh, die sind aber auch scheiße am rumglitschen, die. Die Pinosaurer sind echt dumm. Kein Wunder, dass die ausgestorben sind. Das ist echt blöd. Haha, du kannst nicht mal richtig werfen. Feuer ist... Okay. Au. Shit. Kannst du es nehmen. Warte, warte, nicht, dass wir... Ne, ich habe noch nicht gesehen. Hey, unten ist... Vielleicht unten... Bestimmt irgendwo hier. Warte mal. Äh... Bling, bling... Und ganz am Anfang hier? Vielleicht hier, ja. Ne, ich glaube, die haben wir irgendwie übersehen dann, aber... Dammit. Was soll's. So, dann... Machen wir mal, ne? Ja... Ja... Kommst du kurz mit? Sechs Kugeln holen. Das ist ein bisschen heftig. So. Oh, ist das... Ist noch nicht vorbei. Oh! Vielleicht ist hier ja die letzte Platte. Ja. Who knows? Was ist das nicht vorbei? Wir haben erst drei Schädel, also das ist echt... Okay, dann wollen wir mal. Oh, äh... Stacheln sind schon mal geil. Äh... Das heißt, ähm... Ich weiß noch nicht, was das hier bedeuten soll. Stell dich mal auf die Plattform einmal, was passiert, wenn ich das hier mache? Wofür ist... Du musst da rüber und diese... Ja. Mich hier hin und dann musst du wieder einmal mich rumtragen. Ja? Ich denke mal, du musst... Nein, nein, lass los, lass los. Da. Ich weiß jetzt nicht, glaub... Gib mal ein weiter. Überleg mal. Es ist so einfach. Geh mal rüber. Ne, komm mal hier auf die Seite. Ähm... Wohin soll ich? Wenn du da rauf gehst, während... Warte, wenn... Wenn ich da rauf steige... Drück mal die Plattform. Drück mal die Platte, bitte. Das Spiel ist so scheiße. Nein, ich liebe das Spiel. Ich glaube, das war nicht so geplant. Nein, war gar nicht. Ich glaube, ich muss... Du musstest mich irgendwie wieder rumtragen oder sowas. Das passiert, dass wir hier super awesome sind. Oh, Mann. Fliehen sie aus dem Tempel A, ne Laufmassage gleich jetzt hier. Oh, wenn... Da kommen bestimmt Gegner. Oh, ne, doch nicht. Oh, okay, warte. Pass auf. Wir müssen jetzt hier raus. Ne, warte. Du kannst es explodieren lassen. Ja. Das ist doch schön. Kling, kling. Aber... 70.000! Du hast... Du müsstest irgendwas... Ne, das war beim anderen. Na gut. So, okay. Und... Ah, okay. Ja, das sieht ja einfach aus. Das hast du noch. Das hast du noch. Okay. Ich wollte mir den... Ich wollte den haben. Das ist wieder so'n Kack hier. Oh! Das war fies. Oh! Oh! Ich lauf hinten einfach. Lo, lo, lo. Gestorben. Ja, ihr müsst auch weggehen, ihr dummen Teile. Ja, das war's. Das geht nicht mehr weg. Dann... Ne. Keine Chance. Müssen wir noch mal machen. Müssen wir noch mal machen. Bring dich um. Geht nicht. Müssen wir noch mal machen. Ich lauf einfach zurück. Ach, meine... Ach, meine... Ach, meine... Warum seid ihr so... Warum könnt ihr hier einfach... Du steigst auf mein... äh... Schild und springst über das Feuer rüber. Ich mein, ich bin jetzt nicht so heiß. So. Oh, okay. Oh, danke. Ja. Wir müssen das doch nicht mehr machen. Gibt's jetzt wirklich alle hier am Ende? Die meisten wahrscheinlich wieder. Oh, okay. Ich bin gleich gestorben. Zwei. So lame. Hast du ihn? Ja. Wir kriegen alle. Wir kriegen alle. Wir kriegen alle. Sehr gut. Ich bin gestorben. Ich lebe. Halt, halt, halt. Noch nicht. Ah, Entschuldigung. Na, egal. Da war bestimmt was total Supers drin. Ah. Da war sowas drin wie... Der heilige Gral. Ja, aber stimmt. War bestimmt richtig toll. Stimmt. Oh, Munitions-Power-Up war das bei den Spinnenplatten. So. Hm. Aber mit den Schädeln hatten wir diese Aufnahme richtig, äh, Glück. Ja, da bin ich mal gespannt, was das bringt, die Faust von Tets... So. Wir machen jetzt den Schritt, weil Frigi müde, Frigi schlafen. Frigi müde? Aber wir haben nur noch zwei Level. Ein oder zwei Level kommen nur noch. Wir sind fast durch. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall morgen Abend noch die nächste Aufnahme machen, gell? Weißt du, das fällt mir jetzt auf. Frigide, Freaky. Hä? Frigide, Freaky? Ja. Passt gerade, weil du... Frigi müde, Frigi, Frigide. Na, ist schon gut. Frigi Hunger, Frikadelle. Ja, passt alles so. Macht best of. So. Frigide besser als alles andere, deshalb Frigide. Aber geschwollenes Bein, also... Ja. Alles dabei. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder was anschwellen lassen. Genau, hoff rein. Dahe. Hm. Gut. Du okay.